Hey ho wir sind jetzt auf der gamescom angekommen und heute ist es soweit die letzten tage waren schon mega cool und heute zur Pixel 1 wird der ganze tag durchgezogen zwei livestreams zwei medien greets und wir haben auf der autobahn coole schilder gebastelt und damit ein bisschen werbung gemacht Ja ist was ist denn das für eine schrottkarre simon Messe Es geht los messetag wir haben noch fanta drin also Ich lass uns jemanden den fang klauen So wir sind jetzt hinter der bühne was man eventuell schon an der lautstecker und ich hoffe Ich hoffe wirklich in ungefähr einer stunde geht dann hier der live-toon los. Tom wird ein paar coole shots getten Das bedeutet wir versuchen mit der größeren kamera irgendwie coole kleine cinematische shots einzubauen Und ich will das nach der gamescom spätestens noch mal zusammenfassen und ich bevor ich jetzt hier lange rumpruder Wir sehen uns dann spätestens hier am live-toon den ihr dann ja schon gesehen habt Mächtig Wir machen das wie beim ersten mal Das bedeutet der der am lautesten ist bekommt Platz. Das machen wir mal dreimal Okay? Bereit? Wollen wir weiter. Ja Mann! Wir haben den ganzen Tag nicht gegloggt, weil Ich neue Stunde in einemAP Wir konnten heute einfach gar nichts festhalten weil seit früh war ich auf anschlag die kamera früh war sogar überbelichtet durch die sonne ist der titel jetzt straßenbahn fährt uns gleich tot ich bin eine ballerina kreisverkehr 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 als ob da vorne gleich wieder ein kreisverkehr kommt was hast du dir gegeben gulasch kartoffeln lachs und ente darum geht sich einfach wieder das gleiche ich würde jetzt ehrlich nur eine dumme frage stellen warum packst du schokosauce direkt neben die nutel in der intention ist das dann auch wie mein baguette aufstehen Das meine schokomilch ich hab's dir gesagt dass wir ganz kurz vor der messe im stau stehen und jetzt stehen wir im stau das einzige was jetzt noch fehlt ist dass jetzt dieser verdammte parkplatz voll ist ja da steht schon wieder alles voll bis hier vorne langsam nur um auf diesen parkplatz zu kommen also wir teilen das folgendermaßen auf wir rennen erst zum pressebereich schließen unser ganzes zeug weg hast du so richtig fett noch die letzte autogramm stunde durch das wirklich jeder heute noch seine autogramm karte sein foto oder seine umarung bekommen wir haben in 14 minuten standzeit und dann geht's los wir werden das safe verpassen und ich werde nicht pünktlich kommen wow habe ich dich gerade weggezackelt mit der die 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 Nein, stopp! Neee. Rest in peace of the pepper. Wir haben noch Schokomilch da drin. Mach das Ding auf! Ich will die Schokomilch. Ich nehme die Schokomilch. Nein! Ja, da liegen nur noch zwei! Also, die ist warm. Doch, ich hatte meine Schokomilch. Falls du noch welche... eine Bäume. Also, ich habe euch alle gefragt. Ich habe meine im Auto getrunken, ja? Übrigens, das Geilste an der Funktion vom Auto ist übrigens, das Funktion... Die Funktion... Die Funktionalität des Autos, ja? Meine Schokomilch ist da noch drin. Sport ist kein Mord! Meine Laoha-Kette, Schild und Schokomilch. Ich will heute noch Champagne! Den längsten habe immer noch ich hier. Mein Rücken ist kaputt. Den längsten habe ich! Sie werden so schnell erwachsen! Digga, wie viel Kilo stemmst du da? 200? Ja! Ich hätte jetzt mega Bock mit so einem Tretboot zu fahren! Ich habe mich die ganze Scheiß-Wanderei... Wir sind jetzt 20 Minuten hierher gelaufen, gefühlt. Oder mehr. Jetzt will ich endlich meine Schokomilch. Okay, schüttel! Das schmeckt genau wie heute Morgen! Sprech doch, Junge! Das war knapp! Das war knapp! Rückwärtsgang! Wir sind endlich da! Das hat ja auch so zu doller zerstört wie ich! Der letzte Tag, der hat es noch mal richtig gegeben, oder? Aber er war echt noch mal schön! Guten Tag! Du siehst richtig, richtig frustriert aus! Ich bin tot! Ich will seit drei Minuten die Abmodi machen und bin zu schwach für die Abmoderation, Ich bin tot! Ich bin tot!